Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video über den Bärenmarkt und in diesem Video möchte ich zeigen, wie ich Kryptokredite verwende, um in diesem Bärenmarkt nicht irgendwelche Assets verkaufen zu müssen, weil Verkaufen ist natürlich richtig schlecht im Bärenmarkt, Preise sind alle unten, es ist eigentlich der schlimmste Zeitpunkt, wo man verkaufen muss. Also was mache ich stattdessen? Ich gehe zu einer Landingplattform wie zum Beispiel Aave, Venus, Cream, Compound, es gibt ja quasi auf jeder Blockchain mehr oder weniger tatsächlich eine mindestens Landingplattform und da hinterlege ich die Assets, die ich nicht verkaufen möchte als Sicherheit und beleie sie, also nehme mir einen Kredit in Form eines anderen Assets, das ich jetzt zum Beispiel zum Staking verwende oder ähnliches. Das heißt, man kann eigentlich ein bisschen sagen, Aave ist meine Liquiditätsquelle jetzt im Bärenmarkt und die Strategie, die ich in diesem Video vorstelle, die habe ich mir in der Tat schon vor einem Jahr ausgedacht, als wir noch im Bullenmarkt waren, da habe ich ein Video gemacht, Venus God Mode oder irgendwie sowas, da habe ich ganz genau erklärt, wie Venus funktioniert und da habe ich eine Long Position gezeigt und da ist mir die Idee auch gekommen, wie könnte man eine sogenannte Short Position gestalten, aber ich mache jetzt hier in diesem Video tatsächlich keine Short Position, sondern es geht mehr darum zu zeigen, wie man halt mit Hilfe von Aave es schafft, dass man immer mehr von einem Asset bekommt, obwohl man immer die gleiche Sicherheit hinterlegt hat. Also ich hinterlege zum Beispiel 10.000 Dollar als Sicherheit und kann mir dann nach und nach eine Bitcoin Position aufbauen, die mit fallenden Kursen immer größer wird. Das ist so die Idee von diesem Video und jetzt geht's los. Mein Name ist Ned Albo, mein Kanal, das ist die Crypto Train Station für alle diejenigen, die bei Crypto nur Bahnhof verstehen und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Du gegen den Bärenmarkt. In meinem heutigen Video geht es um diese Position hier bei Aave auf Polygon, das Ganze läuft also auf der Polygon Blockchain und wenn ihr meinen Kanal in der Vergangenheit verfolgt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass Landing Plattformen so ein bisschen mein Steckenpferd sind. Ich finde halt, dass Landing Plattformen, eine Position bei Landing Plattformen immer die Basis ist für jede DeFi Strategie. Es liegt einfach daran, Landing Plattformen bieten unfassbar wertvolle Tools, wenn es darum geht, sein Kapital möglichst effizient einzusetzen, denn klar kann man auch jetzt sein Kapital nehmen und das direkt verballern am Anfang des Bärenmarkts oder einfach rumsitzen und warten, bis die Preise weiter unten sind und dann sein ganzes Kapital verballern, dann ist es halt weg und dann steckt man in seiner Position fest und kommt nicht mehr raus, egal wie sich der Markt entwickelt und ab da ist eigentlich alles nur noch Glückssache. Also das ist so dieses, ich kaufe ein Token jetzt ein, dann hoffe ich, dass der Kurs hochgeht. Klar, kann man machen. Funktioniert bei Krypto in der Regel auch recht gut, weil nach jedem Bärenmarkt kommt irgendwie das nächste Alltime High. Früher oder später ist halt nur eine Frage, wie lange man wartet. Also kann man machen. Aber bei Aave oder bei anderen Landing Plattformen hat man viel mehr Optionen auf dem Weg dahin, nochmal nachzukaufen, wenn die Kurse doch nochmal runtergehen, Gewinne zu realisieren, wenn die Kurse hochgehen, ähnliche Dinge. Und deshalb ist man also mit Aave eigentlich ganz gut, ganz gut unterwegs, wenn man quasi im Bärenmarkt den Markt aktiv beobachtet und aktiv an den Geschehnissen teilnimmt. Es ist keine Fire and Forget Strategie natürlich. Also man muss das Ganze managen. Das ist schon mal total klar. Das ist der Unterschied zu der anderen Variante. Dafür ist aber das Potenzial sehr, sehr viel größer. Und ich glaube, dass viele Leute Landing Plattformen gar nicht benutzen, weil Landing, das heißt ja jetzt nicht Landen, also Lande Plattformen oder sowas, sondern es geht um Ausleihen, also Verleihen, Ausleihen, Landing, in dem Fall mit einem E. Und das Ganze ist wahrscheinlich irgendwie negativ besetzt, weil also es hat was mit Schulden zu tun. Darlehen, Ausleihen, Schulden. Und dann haben viele also Angst, dass sie vielleicht irgendwie hier Verpflichtungen eingehen, die sie gar nicht bedienen können und dann in Schwierigkeiten kommen. Dann kommt irgendwie so eine Mafia vorbei und kassiert das Geld dann auf die harte Tour ein oder keine Ahnung. Das ist jedenfalls so das, was vielleicht im Kopf drin ist. Und die andere Sache ist natürlich das Thema Überschuldung und dass einem die Zinsen über den Kopf wachsen und ähnliche Dinge. All das ist ja quasi mit dabei, wenn man über Darlehen nachdenkt. Und das ist ja, glaube ich, auch für manche eine ganz reale Erfahrung, die man schon mal gemacht hat mit Darlehen. Da ist man natürlich froh, dass man aus diesem ganzen Sumpf raus ist. Und damit hat Aave und ähnliche Landing Plattformen überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur so, dass es was mit Ausleihen zu tun hat, aber die ganzen anderen Dinge sind nicht da. Und eine zweite Sache. Ich denke natürlich auch, das Ganze macht eine Strategie etwas komplexer und viele haben einfach keine Lust, das irgendwie zu sich da einzudenken in die ganze Thematik. Und ja, also deshalb mache ich jetzt so ein Video damit. Ich hoffe, dass ihr über dieses Video Lust habt, euch da einzudenken. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, also ich habe ja schon etliche Videos über Aave gemacht oder ähnliche über Landing Plattformen, Venus und so. Und ich glaube, ich erkläre das Ganze jetzt auch zum Gefühl zehnten Mal oder so in meinen Videos. Aber ich habe meine alten Videos geguckt und meine alten Videos sind ja alle im Bullenmarkt gemacht. Und die Beispiele, die ich da verwende, sind halt Bullenmarktbeispiele. Funktioniert jetzt eigentlich im Bärenmarkt alles nicht. Also warum nicht das Ganze nochmal aufnehmen? Ich habe auch das Gefühl, dass ich immer besser werde, das Ganze zu erklären. Und ich glaube, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ich vor 150 besoffenen Leuten im Bierzelt dann erkläre, wie Aave funktioniert. Und von den 150 Leuten 148 Leute das verstanden haben und die anderen zwei sind im Koma. Also deshalb, ich erkläre das Ganze jetzt nochmal in Ruhe von vorne. Wie funktioniert eine Landing Plattform und was kann man jetzt mit einer Landing Plattform speziell im Bärenmarkt anfangen? Aave ist jetzt tatsächlich nur ein Beispiel. Es gibt noch ganz viele andere Landing Plattformen, die man verwenden kann. Und das soll jetzt hier quasi nicht bedeuten, dass ich Aave besonders empfinde. Und ich muss mich jetzt quasi selber mal unterbrechen. Ich habe mir gerade jetzt hier beim Schneiden überlegt, dass ich nochmal ein extra Video daraus mache. Also wie funktioniert Aave ganz allgemein? Ich habe das alles schon aufgenommen. Ich packe das jetzt in ein extra Video. Das gehört hier in das Strategie Video nicht rein. Das ist quasi so ein bisschen Voraussetzung. Ganz kurz, was habe ich jetzt in diesem Video besprochen? Es geht einfach darum, grob zu erklären, was macht eine Landing Plattform, verleiht Kryptoassets und dass man dafür eine Sicherheit hinterlegen muss, dass die Sicherheit mehr wert sein muss als das, was man entnimmt als Darlehen. Und dann habe ich noch erklärt, wie eine Liquidierung funktioniert. Wenn das alles Böhmische Dörfer für euch ist, dann schaut einfach das Video an. Ansonsten geht es jetzt einfach weiter mit dem Strategie Video Bärenmarkt. Wie nutze ich Aave im Bärenmarkt? Viel Spaß! Und jetzt kommen wir mal zur alles entscheidenden Frage, nämlich wie kann man das Ganze nutzen im Bärenmarkt? Wie kann man Aave im Bärenmarkt nutzen, um davon zu profitieren? Und erstmal ein wichtiger Hinweis. Das hier, was ich hier zeige, das vernichtet Fiat-Wert im Bärenmarkt. Das ist also auch, genau wie mit allen anderen Sachen im Bärenmarkt, auch so, dass der Fiat-Wert runtergeht. Es ist also keine Position, die jetzt Gewinn macht im Bärenmarkt in Dollar gerechnet, sondern es ist eine Position, eine Idee, die quasi optimiert, wie viel Krypto wir einkaufen können. Das heißt, wenn wir jetzt im Bärenmarkt irgendwann Krypto kaufen, also Bitcoin kaufen und der Kurs geht runter, dann haben wir sehr hoch eingekauft und wir können nicht mehr reagieren. Und diese Position hier, die sorgt dafür, dass wir im Grunde flexibler sind. Aber was hier nicht passiert ist, ich kaufe irgendwas und dann zwei Wochen später Kurse gehen runter und ich verdiene. Das ist also so diese klassische Short-Position. Das ist das hier nicht, nicht wirklich. Also was funktioniert, was hier passiert ist. Ihr habt nachher am Ende des Bärenmarkts mehr Krypto in der Hand und wenn dann die Kurse steigen, dann habt ihr insgesamt mehr Fiat. Aber erst, wenn die Kurse steigen. Wichtiger Hinweis. Nur mit Geld machen, auf das ihr verzichten könnt. Wenn ihr sowas selber machen wollt, also macht das nicht, wenn ihr die Assets-Dollar-Werte noch braucht. So, also wie geht das Ganze? Ich habe eine Einlage, ich habe ein Darlehen und ich habe mein Wallet. Also ich habe eine Sicherheit hinterlegt. Ich habe ein Darlehen dafür genommen. Das Darlehen ist in meinem Wallet. Das sind die drei Komponenten hier. Und ich habe jetzt hier eine Einlage gemacht, also Sicherheit hinterlegt von 10.000 US-Dollar und habe ein LTV von ungefähr 80%. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht, nicht 82,5. Das heißt, ich kann mir also maximal 8.200 US-Dollar leihen. Der aktuelle Bitcoin-Kurs liegt jetzt bei 40.000 US-Dollar. Und das heißt, ich kann mir 0,15 Bitcoin leihen. Das sind 6.000 Dollar Gegenwert. Ist also unter dem LTV von 8.000 Dollar Maximum. So. Diese 0,15 Bitcoin sind ja dann auch in meinem Wallet, weil ich bin ja, ich habe mir die ja geliehen, sind also in meinem Wallet drin. Ich habe jetzt Schulden in Höhe von 0,15 Bitcoin und ich habe dafür aber 10.000 US-Dollar eingelegt. Und das heißt, das maximale Darlehen, das ich mir nehmen kann, das liegt jetzt bei 0,2 Bitcoin. Das sind eben 80% von 10.000 US-Dollar Gegenwert in Bitcoin bei dem Kurs. Also maximales Darlehen 0,2 Bitcoin. So. Erster Schritt. Kurs sinkt. Wie geplant ist es ja Bärenmarkt. Kurse sinken. Der Kurs liegt also jetzt nur noch bei 35.000 US-Dollar pro Bitcoin. Der Wert der 0,15 Bitcoin, die ich jetzt geliehen habe, liegt ja jetzt nur noch bei 5.250 US-Dollar. Das bedeutet, dass ich das maximale Darlehen, das ich habe, das ich nehmen kann, das erhöht sich. Weil ja, wenn der Bitcoin-Kurs sinkt, kann ich mir ja mehr Bitcoin ausleihen für die 8.000 Dollar, die ich maximal mir entnehmen kann. Und das heißt, ich habe Spielraum. Ich kann nochmal nachnehmen und würde mir jetzt zum Beispiel 0,03 Bitcoin nehmen. Also die Idee dahinter ist jetzt, vorher war das Maximum, was ich mir entnehmen kann, 0,2. Nachher Kurse sind gesunken. 0,23 Bitcoin ist da das Maximum. Differenz ist 0,03 Bitcoin. Die kann ich mir also jetzt rausnehmen, weil die Kurse gesunken sind. In meinem Wallet sind also jetzt 0,153 Bitcoin. So. Nächster Schritt, Kurs sinkt weiter. Klar wird es dazwischen Schwankungen geben. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Der Kurs sinkt weiter und jetzt ist der Kurs von Bitcoin plötzlich bei 20.000 US-Dollar. Das heißt, die 0,153 Bitcoin, die ich jetzt der Plattform schulde, sind nur noch 3.060 Dollar wert. Weil ich 10.000 hinterlegt habe, kann ich mir also nochmal ein neues Darlehen nehmen, weil was ich mir maximal entnehmen kann, ist jetzt 0,4 Bitcoin. Der Kurs von Bitcoin ist gesunken. Dadurch kann ich also mehr Bitcoin insgesamt entnehmen für meine hinterlegte Einlage. Das heißt, ich kann nochmal 0,2 Bitcoin extra nehmen. Und jetzt habe ich 0,353 Bitcoin in meinem Wallet. Das heißt, dadurch, dass ich also eine stabile Sicherheit hinterlege, ein Asset, das im Kurs sinkt, wir sind im Bärenmarkt, das im Kurs sinkt, als Darlehen nehme, kann ich mein Darlehen durch die sinkenden Kurse immer mehr erweitern und habe in meinem Wallet immer mehr Bitcoin drin. Und das Schöne an der Sache ist, wenn das Spiel irgendwann andersrum läuft, also wenn jetzt plötzlich der Bullenmarkt losgeht, dann habe ich ja immer noch die 0,53 Bitcoin in meinem Wallet drin und die steigen. Und die Position bei Aave, die kann ich theoretisch komplett vergessen, weil das alles löst sich von selber auf durch die Liquidierung. Denn wenn der Kurs wieder steigt, dann wird irgendwann eine Liquidierung stattfinden und da kann ich also, wenn ich jetzt keine Lust habe, mich darum zu kümmern, kann ich das einfach laufen lassen, weil ich habe ja die 0,53 Bitcoin in meinem Wallet und Aave hat keinen Zugriff auf mein Wallet. Und was da im Hintergrund mit dem Darlehen passiert, da wünsche ich denen, die das liquidieren, einfach viel Spaß. Die können das dann machen, die kriegen auch das Geld. Aber ich habe ja das Asset in meinem Wallet immer noch, das dann im Wert steigt. Das ist die Idee hinter dieser Position. Und hier ist nochmal die Betrachtung. Also vorher habe ich jetzt quasi, wenn das Ende vom Bärenmarkt erreicht ist, habe ich 10.000 US-Dollar hinterlegt bei Aave, also quasi ausgegeben, dafür 0,4 Bitcoin bekommen. Und wenn jetzt der Kurs wieder steigt, zum Beispiel auf 40.000 US-Dollar, dann hätte ich ja schon 16.000 Dollar an Wert in meinem Wallet liegen, 0,4 Bitcoin zu 40.000 US-Dollar pro Bitcoin ergibt 16.000 Dollar. Plus den Restposten, der bei Aave noch ist, also irgendwie ein bisschen was übrig wird auf Aave sein, sagen wir mal so 1.000 Dollar, wenn man Darlehen und Sicherheit miteinander verrechnet. Und wenn es dann weitergeht und zum Beispiel 50.000 US-Dollar pro Bitcoin erreicht werden, dann hätte ich ja schon ein 2x gemacht. Dann hätte ich also meine Investition verdoppelt, weil ich habe ja 0,4 Bitcoin zu 50.000 US-Dollar pro Bitcoin ergibt eben dann 20.000 US-Dollar. Wäre also eine Verdopplung meines Dollarwertes im nächsten Bullenmarkt. Und wenn man jetzt mal überlegt, also die Kurse, die ich jetzt hier angesetzt habe, die sind ja so irgendwo im realistischen Bereich. Im Bullenmarkt hatten wir noch 40.000 Dollar Kurs. Jetzt ist er bei irgendwie so 30.000, wo ich jetzt gerade dieses Video mache, vielleicht 31.000. Und es wird ja immer so ein bisschen prognostiziert, dass das Ganze vielleicht noch auf 20.000 runtergeht, könnte sogar 15.000 kommen, sodass also das hier echt eine realistische Rechnung ist. Und gleichzeitig dieses hier 50.000 US-Dollar im nächsten Bullenmarkt ist doch eigentlich auch irgendwie ein Klacks, oder? Ich meine, das All-Time-High war irgendwie so über 70.000 Dollar. Also insofern 2x ist super realistisch. Ich würde fast schon eher so von 4x oder so oder noch mehr ausgehen im nächsten Bullenmarkt. Das wäre ja dann ein Kurs von 100.000. Und ich denke mal, also 100.000 müsste eigentlich im nächsten Bullenmarkt drin sein. Keine Ahnung, wann der kommt. So, das ist also die Idee. Und jetzt schauen wir uns die Position bei Aave nochmal an. Ich habe die hier mal hin übertragen. Das ist die Position, mit der ich gestartet bin. Das ist also die echte Position auf Aave, die ich aufgemacht habe für meine Videoreihe. Und unten in der Videobeschreibung gibt es auch einen Link, der nach zu D-Bank führt, wo ihr euch dieses Portfolio anschauen könnt. Wenn ich also hier Sachen mache, dann seht ihr das da unten. Dann seht ihr das auf D-Bank. Unten ist der, also in der Videobeschreibung ist der Link. So, das hier ist die Position. Und was sieht man hier? Also wir haben hier auf der einen Seite ein Darlehen genommen von 0,16 Bitcoin. Ich habe jetzt die Zahl einfach mal so rausgezogen. Die Einzelheiten, die da stehen, die sind jetzt nicht wichtig. Ganz grundsätzlich, also das Darlehen liegt bei 0,16 Bitcoin. Dafür ist eine Sicherheit hinterlegt worden von grob 10.000 Dollar. Also es ist echt das Beispiel, was ich eben vorgerechnet habe. Grob 10.000 US-Dollar mit ein bisschen aufgerundet ist das Ganze. Und dann sind aus irgendeinem Grund diese 0,16 Bitcoin hier als Sicherheit wieder hinterlegt worden. Und das erscheint im ersten Moment relativ sinnlos. Aber im Grunde ist es diese Position, über die wir sprechen, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, mit einem kleinen Kniff da drin. Und der Kniff besteht darin, dass das Darlehen direkt wieder als Sicherheit hinterlegt wurde. Warum ist das so? Das habe ich gemacht, weil zur Zeit die Märkte sich eher seitwärts bewegen. Gehen wir nochmal kurz in CoinGecko und schauen uns die aktuelle Situation an. Weil wenn ihr das Video schaut, kann die Situation ja ganz anders sein. Und ich möchte jetzt einfach mal zeigen, wie das Ganze jetzt zum Zeitpunkt aussieht und warum ich das so gemacht habe. Hier ist der Bitcoin-Chart, Preis-Chart, also gegen den US-Dollar. Und zwar die letzten 90 Tage. Heute ist der 6. Juni 2022. Und ich möchte jetzt einfach die spezielle Situation von heute zeigen. Und zwar, also 6. Juni ist heute und man sieht, dass aktueller Kurs Bitcoin so ungefähr bei 31.000 Dollar. Und man sieht, dass also die letzte Zeit Bitcoin immer so in einem bestimmten Preisrange geblieben ist. Zwischen 32.000 Dollar und ungefähr 28.000 Dollar. Es gibt hier am 12. Mai einen Dip. Der 12. Mai, das war glaube ich auch wirklich der Tag, wo Terra Luna zusammengebrochen ist. Da gibt es einen Dip auf 26.000, 27.000 Dollar. Und ansonsten aber eigentlich immer konstant so zwischen 28.000 und 32.000. Und zwar kann man jetzt echt sagen, seit fast einem Monat bewegt sich also Bitcoin seitwärts. Nur seitwärts. Es gibt keine Riesenausreißer nach oben. Es gibt also weder eine Art Rallye, Kursrallye nach oben, noch gibt es irgendwie so einen großen Abverkauf nach unten. Das Ganze geht immer weiter seitwärts. Wir haben auch jetzt hier neun oder zehn Wochen schon immer wieder niedrigere Kurse gehabt, also über die Woche gesehen. Das heißt, der Bitcoin hat immer niedriger notiert als in der Vorwoche. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Das ist eigentlich, glaube ich, noch nie passiert bei Bitcoin, dass es zehn Wochen in Folge also eine rote Kerze gab. Und das ist also jetzt eine Situation, in der es irgendwie immer wahrscheinlicher wird, dass also kein Markt bewegt sich dauerhaft seitwärts. Also es wird jetzt immer wahrscheinlicher, dass es einen Ausschlag nach oben oder nach unten gibt. Und da wir hier die ganze Zeit also jetzt fallende Kurse gesehen haben, sich die Abwärtstendenz also stabilisiert hat auf einem bestimmten Kursniveau, ist es in meinen Augen nicht unwahrscheinlich. Also es ist möglich, sehr gut möglich, dass jetzt also erstmal so eine Art Relief Rallye losgeht. Auch die Kollegen auf YouTube rufen das ja quasi jetzt seit Tagen aus, dass jetzt irgendwie die Relief Rallye im Juli losgeht und alles erstmal steigt und dann wieder richtig kollabiert. So und da jetzt also die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch ist, dass es wieder hoch geht. Vorübergehend, Bear Market geht nicht weg, aber kein Bärenmarkt geht auch immer nur runter. Da also die Möglichkeit besteht, dass das passiert, habe ich jetzt erstmal meine Position bei Aave gegen diese Eventualität abgesichert. Das hier wäre also die eigentliche Position, die ich anstrebe für die nächste Zeit. Denn es bietet mir die Möglichkeit, jetzt von Bitcoin einkaufen zu gehen, weil ich habe ja jetzt Bitcoin in meinem Wallet. Und die Idee dahinter ist halt, dass der Bitcoin im Bärenmarkt tendenziell besser performt als alle anderen Assets. Also das heißt, es ist günstiger für Bitcoin einkaufen zu gehen als zum Beispiel für Ether. Ich bekomme also für Bitcoin von Altcoins mehr, als wenn ich Ether benutzen würde und deshalb leihe ich mir hier Bitcoin. Aber da die Situation nun mal jetzt so ist, dass es möglicherweise erstmal wieder hoch geht, ist mir diese Situation hier doch ein bisschen zu riskant. Ich möchte jetzt am Anfang des Bärenmarkts hier keine Liquidierung erleben. Das möchte ich erst quasi, wenn der Bottom erreicht ist oder wenn es deutlich weiter runter geht und ich in meinem Portfolio mehr Bitcoin drin habe. Deshalb habe ich einfach die Sicherheit, Quatsch, das Darlehen, was ich genommen habe, nochmal als Sicherheit hinterlegt. Und dadurch ist jetzt im Grunde dieses ganze Darlehen hier nicht mehr richtig liquidierbar. Es gibt zwar jetzt eine mathematische Möglichkeit, eine theoretische Möglichkeit, dass es doch passiert, wenn der Bitcoin allzu stark steigen würde. Also wenn der jetzt irgendwie auf 100.000 oder so gehen würde, plötzlich, dann gäbe es auch, dann besteht die Möglichkeit, dass auch diese Position hier in irgendeiner Form liquidiert wird. Das ist aber jetzt mal mega unwahrscheinlich und selbst dann kann ich ja noch reagieren, weil das wird ja nicht über Nacht passieren. So, das ist also im Grunde die Idee. Und was ich jetzt als nächstes machen möchte, also wenn sich jetzt die Situation etwas klärt, wenn die Kurse einfach steigen, dann werde ich es einfach laufen lassen. Und dann mal später sehen, ob ich noch was verbessern kann, ob ich was optimieren kann. Aber wenn jetzt wirklich der Bärenmarkt sich weiter fortsetzt und die Abwärtstendenz weitergeht, dann werde ich von dem Darlehen, das ich hier genommen habe, das ja auch quasi, das liegt zwar jetzt als Sicherheit bei Aave. Die Sicherheit werde ich dann schrittweise wieder entnehmen und von den Bitcoin, die ich dann in meinem Wallet habe, werde ich dann nach und nach einkaufen gehen. Das ist aber natürlich ein Thema fürs nächste Mal und das bespricht dann also im nächsten Video heißt das.